...Latex. Öh, Latex. Leise Schritte. Das ist ein bisschen besser. Aber noch ab jetzt. Handeln ohne Zweite. Ah, der ist weg. Ja. Schön. Jetzt Yannick. Er geht jetzt gerade nach unten. Warwick ist unten, das ist schon mal gut. Jetzt Yannick, Yannick, Yannick. Ja, ich folge gerade nicht so schnell. Ich mach nicht genug Schaden um ihn zu kriegen. Dauer. Wir tun was wir tun. Du kannst aber... Lee Sin kommt! Äh, Shen kommt! Ich komm nicht rein. Ja, Shen schippt auch! Ja. Ja, Shen ist richtig low. Also live. Ja. 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 Ja, ich weiß nicht. Und du bist am Gewinn oder was. Ja, sierlich. Nein, 2,2. Hätten wir jetzt unten noch zwei Pries-Mates. Ich komm sofort. Leise Scheiße. Ich muss aber kurz vor erbeikdog bei Wienerler. Hat irgendwer ein Wort dabei oder sowas? Ne, aber die rundstückte. ja ich kann mir gar nicht helfen Leute das sei jetzt nicht ganz verstanden da geh mal lieber back Morris, die kommen raus ja, beruhig erstmal mein Ding hat 10 Sekunden ich hab erst 9 gelesen äh, c, 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 c aus jetzt die schnellstens weggehen nee OP noch 81 echt OP, guck mal was denn ok ... ein paar goldecap Da bin ich auch schon mal dabei. Kann ich mir schon mal Regless holen? Also haben die mehr AP oder wat? Ja ja. Findet in Zentrum. Ich hab noch nicht mal Ulti fällt mir grad so auf. Ja, ich war grad ein bisschen rumlaufen, ne? Ich freu mich nicht. Ja. Oh. Okay, fällt ein bisschen. Ja, ich weiß... Oh, der ist schon höher als dem Josh. Oh nein, das hier sitzt sehr schön. Oh nein, das hier sitzt sehr schön. Oh, ja sicherlich. Muss ich mir nur abdecken. Ja, warte. Ich find's mir geil. Komm runter, komm runter. Oh, kommt. Ken kommt auch noch. Auf jeden, nach vorne, nach vorne. Nein! Ich spotte sofort. Ah, deine Energie laufen. Der Burschen macht 500 damage. Ja! Oh man, ich mein... Ja, ich bin tot! Ja, ich bin tot! Und ich bin tot. Ah nee, du bist ein scheiß Friker. Ich steh 0-0 zu! Ja, super! Nicht 1-1 zu allen. Ja, super! Das war ein schöner Ferran. Wieso hat die denn so einen Schaden gedrückt, Mann? Ja, weil auf einmal Canon da war, und alle auf einmal... Hast du denn bitte bei dem Canon kaputt, Mannik? Was hast du denn... Der hat mir zwei Wurfstern gekostet und hat mir über 500 damage gemacht. Mit zwei Wurfstern nur. Das ist ja wie Gefieder du klinast. 2-1-0, Gefieder. 2-1-1! Ich verstehe auch nicht, wie wenig AP hast du, Jan... Äh... Janik... Du machst auch gar keinen Schein. Ich hab... Ich hab... Konzentrier dich mal ein bisschen. Du kannst du was drückst. Ah... Mein Tower wird mich harass. Oh... Oh... Beute... Ja, ich lass dir glaub ich auch keinen Blue-Buff. Ich meine, du stirbst sowieso... Ganz schnell, zwei Sekunden später. Kleiner Witz. Jetzt beruhig dich erstmal, Janik. Äh... Kleiner Witz hat nichts mehr gesagt, äh... Beruhig dich erstmal. Ich geb mir jetzt erstmal Wardest. Ich bin zu Defending hier. Ah... Ich hab keine Ultime, die hab ich grad auf dich gemacht. Was hat sein Schild genau für einen Cooldown? Ähm... Ich weiß nicht, welcher Stufe es ist. Meins hat 8 Sekunden. Auf Stufe 1. Ah, ich harass ihn auf jeden Fall ganz gut. Mein Harass von mir ist echt nett. Ich weiß nicht. Wie der überlebt das? Das finde ich schon wieder ganz stark gewissen. Kurze Frage, Janik. Warum willst du die Geister wenn er auf deiner Lane gepusht wird? Ich will die Geister, wenn deine Lane halt gepusht ist. Was? Teleport. Das war schon nicht schlecht. Raffiniert. Äh... Gepawnt nenn ich das jetzt mal nicht. Weil... Schilder sind schon ganz gut. Naja... Oh is... Ich habe 3 Tauerts bekommen, deswegen hab ich mich nicht mehr gelebt. Sorge nicht, nicht. Ja, Morgos übertreibt mich nicht mit Potion. Mit SS. Auch wenn er es nicht sagt. Er ist dann wieder da. Was meinst du, kann ich mir Warwick mitnehmen? Aber ich weiß nicht, was du so rausnehmen kannst. Hat er einen Red Buff? Ne. Ah, Blue Buff ist wieder da. Ne, hast du einen Watt dabei? Schade. Ich will zühlen. Sonst gleich gern, Maurice? Oder sind die beide full life? Ah, lauf lieber. Ah, Cannon kommt. Warte, warte, warte. Ich kann nicht dranspringen, ich kann nicht dranspringen. Sag, wenn du dranspringen kannst. Ja, jetzt aber. Schade, Yannick. Das heißt, triff doch mal was, Yannick. Ich will mein Zinfo. Epic Escape von mir. Lass mal Drachen machen. Ich stelle erst mal ein Ward. Ich hab noch ein oder zwei. Er plantet in drei Jahren. So werde ich gebrauchen. Wollen wir uns Graves gehen, Yannick? Ja, go. Wartet, wartet, wartet. Ah, ging immer ein Sprung. Er flägt sich in dich rein, ist das epic. Aber auch nur, weil ich nicht drangesprungen habe. Ah, Yoshi, spring doch mal bitte durch die Wand. Wenn du kannst, ja? Ja, ja. Ich kann nicht. Ja, so, ich brauch erstmal Aggro. Ja, ist doch voll okay. Den brauchst du nicht, meinst du? Ja, Aggro weg. Oh, super. Oh, super. Blu-Waff, Maurice. Ist für Janik aber, ne? Egal, Blu-Waff-Hollen. Janik, bleib mal im Bus stehen. Geh nach da. Für Janik aber, ne? Auch wenn er gleich wieder tot ist. Kein Problem, ey. Jetzt gibt's kein Freude. Oh, oh. Maurice, du hast ihn gekriegt, ne? Ist doch ganz egal, ob so irgendwer von ihnen hat und der kommt da jetzt noch weg. Ja, ich Ulti an! Ja, ich hab normaler. Also, Gegner. Warum fokussen die bitte auf mich? Was? Meint da irgendwer von den Warded? Ich kaufe mir jetzt gleich ein Orakel. Hab ich schon gekauft. Erstmal eine Runde Suppeln. Ah, Gluck Gluck. Das ist... Ja. Erstmal Merkurus. Ah, könnt ihr irgendwas destroyen?